Oh, danke, mein Mann, danke, 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 danke für... Oh, scheiße, ich bin... Ok, danke, 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 ja. Aber wart ihr doch mal irgendwas auf, ihr? Meine Güte, was los bei euch? Rad jetzt! Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Wieder mit mir, Santi. Heute haben wir wieder eine NL-Challenge. Und bevor es losgeht, muss ich euch unbedingt einen lustigen Witz erzählen. Wir gehen zwei Männer auf dem Bürgersteig spazieren. Sagt der Rechte zum Linken. Ey, Kumpel, ich will auch mal in der Mitte gehen. Und ich würde sagen, lasst uns einfach mal anfangen. Au! Naja, selber schuld. Was macht... Warum sind Leute heutzutage so bescheuert? Au! Schall! Ich hoffe, sie ist nicht auf den Mund gefallen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! War das Fake oder war das jetzt ich? Das tut mir leid, das Kind. Oh mein Gott, was ist los bei dem? Oh, fast gelacht! Fast gelacht! Klopfstreich! Coca-Cola! 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 Oh, tut mir leid! Oh nein! Ich muss mir das nochmal angucken. Die sieht so traurig aus! Ich glaube, die will keine Ärger kriegen. Das hat sie sich verdient. Und... Fisch! Aua! Oh mein Gott! Ihhh! Ah, Mann! Warum? Oh! Ich glaube, das ist langsam wieder so der Hit. So nackig vor der Kamera rumzulaufen. Hm. Autsch! Irgendwie war das davor selber. Oh nein! Das wird bestimmt böse enden. Das sieht man schon, ey. Wenn das schon steht. Versuch nicht zu lachen. Extrem schwer. Aua! Ich fähre nicht an seiner Stelle. Nein! Okay, jetzt ist da ein Mädchen. Was hat die da für Poster? Ist das von Justin Bieber? Wow, ein Ball! Oh mein Gott! Der Ball sieht ein bisschen aus wie Pac-Man. Hm. Pac-Man hat sie geschlagen. Sie ist ein Geist. Fesselt sie! Pfff! Okay! Oh! This is my backwards shot. Selber schuld. Keine Ahnung, was sein Ziel war. Eigentlich fragt man sich bei solchen Leuten. Was wollen sie? Ähm. Ey, warum twirken die denn in der Öffentlichkeit? Warum zeigt man sowas? Von wem wurde sie getreten? Von der, äh, von dem Mädchen? Von dem anderen Mädchen? Blondino? Ja, ich glaube von. Kann froh sein, dass es kein Junge ist. Oh! 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 Das arme Kind! Was macht die denn? This is my backwards shot. Die Leute werden auch immer bescheuerter. Oh, jetzt heult das Kind auch noch. Au! Au! Chihuahua! Die arme. Aber, was fällt ihr eigentlich dabei ein? Ich glaube, sie ist lebensmüde. Oder sie mag den Boden sehr. Oh, ne! Das sieht ganz schlecht aus, ey! Ja! Ich glaube, am Ende wird es runterfallen. Genau wie ich es gesagt habe, er ist hingefallen. Aber er lacht. Das ist das Schönste dabei. Ach, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Like da. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet. Wenn nicht, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.